Hallo, wir sind heute in der wunderschönen Stadt Las Vegas mit niemand geringeren als Carsten Aschmeyer. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier bei der größten Versicherungs- und Innovationskonferenz der Welt. Meine Frage an Sie, Sie sind super erfolgreich auf Social Media. Was würden Sie Versicherern raten, wie können die Social Media besser für sich nutzen? Also erstmal muss es sich erkennen, dass das die neuen Adquisitionswege sind, mit Anzeigen schalten und so, das ist alles vorbei und dicke Fernsehkampagnen. Sie müssen Ihre Zielgruppe kennen, dann sollten Sie überlegen, welcher Kanal relevant sein wird. Sie sollten dafür kreative Leute, junge Leute haben, die das Leben, die wir sagen native sind und nicht, dass das der IT-Direktor, der kurz vor der Pensionierung ist, mitmacht. Und Sie brauchen tolle Storytellers, super Videos, Fotos, darf nicht zu werblich sein. Man muss auch Nutzen geben, dass es Sinn macht und muss auch ein bisschen Fun-Faktor haben.